Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Workout. Ich bin Patti und in der 34. Woche schwanger und gemeinsam werden wir heute ein sehr intensives, anstrengendes Workout für den gesamten Körper machen. Die Übungen sind ein bisschen für Fortgeschrittene ausgewählt, also wünsche ich euch ganz ganz viel Spaß beim Schwitzen und dann können wir loslegen. Alles was ihr braucht ist eine Matte, was zu trinken und falls ihr euch wundert, ob ihr während der Schwangerschaft noch Sport machen dürft, fragt bitte vorher euren Arzt oder eure Hebamme. Ansonsten geht's los, let's go! So, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020